Herzlich Willkommen bei Cini macht Auge. Ja, letzte Woche saß sie noch live neben mir. Jetzt hat sie ein neues Video rausgebracht. Alicia Jo mit 8 Gründen, warum du nie aussehen kannst wie ein Influencer. Ich weiß gar nicht, ob das auch an mich gerichtet ist, aber wir finden es heraus. Da ist die gute Frau und sie erzählt uns jetzt, warum ich das gar nicht kann, obwohl ich es doch so gerne wollen würde. Mittlerweile ist es ja Common Sense. Glaub nichts, was du im Internet siehst. Gerade bei Influencern wird super viel geschönt, gefotoshopt, gut belichtet und gefakt. Und ja, das stimmt und das würde ich so unterschreiben. Ich bin aber der Überzeugung, dass das Phänomen noch viel krasser ist, als die meisten eigentlich begreifen. Dass die meisten Menschen gar nicht wissen, wie viel wirklich geschönt wird, was es bedeutet, Influencer oder YouTuber zu sein und warum Menschen da draußen niemals so aussehen können, wie Menschen hier drin im Internet. Erstens, Face-Filter. Bevor ihr abschaltet, weil ihr euch denkt, oh wow, Alicia erklärt uns jetzt, dass es Face-Filter gibt. Was für eine Überraschung, hätte ich ja gar nicht gewusst. Nein, so eine Erklärung soll das hier nicht werden. Mittlerweile kennen wir natürlich alle die diversen Face-Filter, die auf Instagram und TikTok verwendet werden. Ein prominentes Beispiel ist, glaube ich, Bold Glamour. Aber ich glaube... Alter Schwede, das sieht so schlimm aus. Ich finde das ganz schrecklich, diese Entwicklung. Ich habe bei meinem Handy auch so, da kannst du dann hier Porträt selber, dann gibt es hier diese komische Funktion. Und da kannst du dann, ich mache das mal gerade alles, also Haut super smooth, Tone, keine Ahnung, Kontur voll rauf, Make-up voll rauf, äh, was ist das denn? Slender, so, ah, so hier, Kinn. Nase machen wir dünner, okay. Augen machen wir größer, die Nase, auch noch mal dünner, keine Ahnung, Kinn. Moment, ich bin ein Kerl, macht man dann groß oder klein? Groß, ne? So Gigachat-mäßig. Heißt der so? Gigachat. Lippen, volle Lippen, Hairline, habe ich keine. Okay, alle Beauty-Filter an. So, warte mal. Jetzt machen wir so ein Foto. Riesige Augen. Hier voll die, voll die geile Kante. Hier die, ähm, Wangenknochen. Okay, Gesichtsausdruck ein bisschen. Ach, ganz ehrlich, was soll der Quatsch? Sieht sich voll untergewichtig aus, ja. Aber warum, warum kann mein Handy das? Was soll das? Ich hab, ey, könnt ihr jetzt hier, so, im direkten Vergleich. Ne, so rum, ne? Also, ich weiß auch nicht. Und das sind so tausend Funktionen, die das irgendwie hat, will ich gar nicht. Und auch hier, boah, das ist doch nicht Alicia. Also, ich find auch, siehst nicht geil aus. Also, ich will das so nicht sehen. Nicht schön. Ich glaube, die wenigsten Leute wissen, dass Face-Filter auch schon in den ersten Jahren von YouTube eine riesige Rolle gespielt haben. Ich kann euch hier mal ein Beispiel einblenden von Nikkie Tutorials. Die hat es, glaube ich, auch mal zugegeben, dass sie diese Filter sehr exzessiv genutzt hat. Es fällt auf den ersten Blick vielleicht nicht auf. Aber wenn man einmal davon weiß, versteht man, hey, die Haut wurde hier vermutlich glatt gezogen. Ich hab noch ein weiteres Beispiel von einer deutschsprachigen YouTuberin. Ich nenne jetzt einfach mal den Namen aus Schutz nicht, die auch so einen Face-Filter benutzt. Und da sieht man es ganz schön, wenn sie nah an der Kamera dran ist mit ihrem Gesicht, dann greift der Filter nicht. Aber sobald sie weiter weg von der Kamera geht, ist der Filter auf ihrer Stirn super präsent. Geil. Hier einfach gar nichts mehr. Und als das dann nah dran war, da konnte man gerade die ganzen Poren so sehen. Sobald sie weiter weg von der Kamera geht, ist der Filter auf ihrer Stirn super präsent. Und uns fällt das jetzt auf, weil wir davon wissen. Aber wenn man es auf den ersten Blick sieht, können wir... Ja, krass, ne? Badfox fragt die wichtigen Fragen. Seit wann Autofokus? Ich wechsle doch immer die Objektive. Jetzt gerade ist das Autofokus-Objektiv drauf. Manchmal muss wieder so ein altes Objektiv drauf. Aber das ist schon krass, ne? Weil, also die Frage ist ja dann so, wir gewöhnen uns dann daran, dass das, also, wo schiebst du das normal hin, ne? Overtone-Fenster-Gedöns. Gibt es ja in allen Bereichen, nicht nur bei Meinungen, sondern einfach so, was ist sozusagen... Und wenn du dann immer nur Bilder so siehst, dann siehst du irgendwann sowas und denkst so, Gott, die hat eine ganz schlimme Haut oder so. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht verschiebt sich das dann. Könnte man einfach denken, ja, sie hat eine perfekte und glatte Haut. Im Fernsehen ist sowas übrigens auch keine Seltenheit. Also ich weiß nicht, ob ihr in den letzten Jahren mal Dieter Bohlen oder Heidi Klum angeschaut habt. Die sind entweder sehr, sehr stark überbelichtet, damit man eben keine Falte erkennen kann, oder es wird halt wirklich ein Filter über das Gesicht gelegt. Einige Vlogging-Kameras, also ihr kennt das vielleicht, wenn YouTuber einfach nur rumlaufen, durch die Stadt laufen und irgendwelche Dinge erledigen, haben sogar solche Face-Filter eingebaut, die eben dann auch... Jep, ich habe hier diese kleine geile DJI, Entschuldigung, kein Markenname nennen und so, voll praktisch. Hier so eine kleine Kamera mit auch hier Selfie-Funktion, so, erkennt mein Gesicht, Face-Tracking enabled, wandert jetzt immer mit, geht mir immer hinterher, so und hat auch diese Filter drin, ich kann das so in live. Das ist so richtig, die bauen das überall ein. Ich finde das scheiße. Auch nicht extrem sind, aber das Gesicht einfach nur ganz leicht weichzeichnen. Und bevor wir zum nächsten Fakt kommen, will ich euch auch nochmal auf einen Trick hinweisen, den ich schon erlebt habe in der Industrie. Es gibt tatsächlich auch auf Instagram zum Beispiel Influencer, die nehmen eine Story auf mit einem Filter, also mit einem Beauty-Filter und dann speichern die die Story erstmal ab und filmen die eventuell nochmal ab und laden sie dann erst hoch, weil wenn man das macht, dann sieht man bei Instagram nicht mehr, welcher Filter benutzt wurde. Weißt du, selbst wenn man jetzt sagen würde, komm, dann benutzen halt alle diese Filter, aber damit wir auch darüber uns im Klaren sind, dass Filter benutzt werden, damit man wenigstens die Chance hat, zu glauben, dass jemand da ein bisschen nachgeholfen hat oder und so weiter hat. Nein, dann macht man einen Reupload, damit das nicht mehr zu sehen ist. Und also wen verarschen wir eigentlich hier die ganze Zeit? Uns selbst, uns alle gegenseitig. Warum tut man das? Also mittlerweile ist es ja so, man kann immer sehen in der Story, wenn jemand einen Filter benutzt. Aber wenn man die Story erstmal runterlädt und dann nochmal hochlädt, dann ist das nicht mehr gekennzeichnet. Wenn ihr jemals in eurem Leben mal eine Person in echt getroffen habt, die ihr aus den Medien kennt, also aus dem Fernsehen oder aus YouTube oder aus Instagram, dann wird euch vielleicht etwas ganz komisch an der Person vorgekommen sein, einfach weil die ja jetzt in 3D vor euch steht. Das ist oft total ungewohnt. Ja, das war echt lustig. Sie war ja letzte Woche hier und jetzt ist sie da im Fernsehen und im Bildschirm. Und das war witzig, weil ich natürlich, also bei ihr ist es so, bei Alicia, man sieht sie super selten im Profil, weil 99 Prozent der Videos sind ja frontal. Und das war total interessant, weil ich so gemerkt habe, krass, im Profil habe ich sie fast nie gesehen. Und das ist ja nochmal so ein ganz anderer, ja tatsächlich ein ganz anderer Blick auf die Person. Und ja, spannend. Ich kann gar nicht sagen, also falls ihr jetzt irgendwie gedacht habt, ich haue jetzt irgendwie voll die krasse Infos raus. Boah, im Profil, das habt ihr, das glaubt ihr gar nicht. Nee, ist bei ihr wenig überraschend. Man erkennt sie immer noch. Mit dem Gefühl habt ihr recht. Denn obwohl euer Gehirn natürlich versteht, dass ich eine dreidimensionale Person bin, seht ihr mich ja immer, wenn ihr auf YouTube guckt, nur in 2D. Das bedeutet, dass ihr euch vielleicht manchmal Sachen 3D vorstellt, weil euer Gehirn es umrechnet, die aber gar nicht 3D sind. Das war jetzt sehr kompliziert ausgedrückt. Ich versuche es euch mit einem Beispiel zu beschreiben. Eigentlich hat die ein super flaches Gesicht. Wir denken, die hätte ein 3D-Gesicht, aber das ist mehr so, also Alicia hat eher so einen Kopf. Gerade in den 2010er Jahren war es super beliebt, sein Gesicht sehr stark zu konturieren. Also Beauty-Youtuber haben mit brauner Farbe gewisse Stellen ihres Gesichts bepinselt und das hat dann im Endeffekt so gewirkt, als hätte man stärker eingefallene Wangenknochen oder eine schmalere Nase. Ich habe sowas ja auch gemacht. Ich weiß nicht, wenn ihr richtige OGs seid, dann wisst ihr, dass ich ganz früher mal so Promi-Make-up-Transformationen gemacht habe. Da habe ich auch mit brauner Farbe in meinem Gesicht rumgemalt und für die Kamera sah das dann irgendwann sehr, sehr realistisch aus. Aber hätte man mich in diesem Moment auf der Straße getroffen, dann hätte das einfach nur so ausgesehen, als hätte ich an gewissen Stellen braune Farbe im Gesicht. Das ist hier einfach Eminem geworden. Weil meine Haut und... Krach. Boah, das ist... Das... Was? Das ist echt ein bisschen spooky. Also das sieht jetzt einfach echt aus wie Eminem. Und mein Gesicht, der nicht wirklich an diesen Stellen zurücktritt. Und vielleicht ist euch das auch schon mal aufgefallen, wenn ihr irgendwie im Club unterwegs seid oder abends in der Bar und da sind Frauen, die sehr, sehr stark geschminkt sind und ihr merkt, die haben hier voll den braunen Balken. Ja, das liegt daran, dass das Contouring in der Realität nicht so gut funktioniert, wie es auf Social Media aussieht. Also natürlich kann man mit brauner Farbe so ein bisschen arbeiten und ein bisschen was highlighten und bronzen, aber nicht so, dass man wirklich sein Gesicht komplett umformen kann. Das funktioniert nur in 2D. Und wo wir gerade schon beim Thema Make-up sind, also... In den Chat gerade jemand. Hm, sehr shady. Entschuldigung. Vielleicht seht ihr mich jetzt hier gerade und denkt, wow, Alicia ist ja gar nicht so stark geschminkt oder die sieht ja sogar fast ungeschminkt aus. Nein, jetzt. So, jetzt machen wir mal hier. Jetzt gehen wir brutal in die Analyse rein. Jetzt wird es gemein. Also, wir machen mal hier. So. So. Bin ich der Einzige, wer ungeschminkt besser findet? Wir dürfen doch gerade bewerten, oder? Oder darf man... Nee, das darf man nie, ne? Hm. Ich überlege gerade. Ich finde... Ich finde, hier wirkt sie... Also, was die... Ja, es ist schwer zu vergleichen. Das ist natürlich... Weil der Blick ist auch anders, ne? Hier wirkt sie einfach nicht so streng. Aber das ist, glaube ich, der Gesichtsausdruck. Ja, beides natürlich top, aber... Ja, hier ist nochmal ein freundlicher Frame. Ah, hier, warte mal. Die zwei kann man gut vergleichen. Was ist denn der Unterschied? Ich finde das gerade voll interessant. Was hat die denn gemacht? Also, ähm... Schmink... Reverse Engineering mit Zini Schmink Tutorial. So, also, wir gucken mal. Also, ich glaube, hier ist so hell, oder? Das ist dann nachher... Warte mal, hier muss ich jetzt mal... Zack. Nee, ist immer noch hell. Ah, okay. Also, äh... Hier, Mascara ist das, glaube ich, oder? Wimperntusche. So. Dann Lippenstift habe ich erkannt. Ja. Ähm... Ja, insgesamt so ein bisschen Make-up-Puder. Aber vieles nicht. Ist schon auch so ein bisschen... Auch ein kleiner Flex-Move zu sagen. So ungeschminkt. Auch gut. Bin ich ungeschminkt. Ja, das hier ist die Realität. Okay, ich gebe zu, meine Haut ist auch ohne Schminke ziemlich okay. Ich sag doch, war ein Flex. Aber dafür nutze ich als Influencer natürlich auch einen Trick. Formel Skin. Das Verrückte bei Formel Skin ist nämlich, dass man auf seine Haut und seine Bedürfnisse von Experten einen Behandlungsplan und die entsprechenden Produkte zugeschickt. Jetzt kommt hier Werbung. Das Glückliche ist, ich bin noch krasser drauf. Ich mache jetzt den noch krasseren Flex als Alicia an der Stelle. Ich, ähm... Hab, äh... Das Produkt, was ihr gar nicht kaufen könnt. Gute Gene. Das ist einfach hautmäßig. Also ich hab, ich hab bei Augen verkackt. Ich hab bei, äh... Haaren verkackt. Aber, aber Haut... Haut ist okay. Man muss ja auch mal Glück haben. ...hast und eine Behandlung bei Formel Skin machst und diese nicht erfolgreich sein sollte, dann gibt es... Immer noch Werbung. Wann ist denn das vorbei? So, jetzt aber. Jetzt gleich ist sie wieder geschminkt. Ich finde, sie hätte das ruhig weitermachen können. So, ich bin wieder geschminkt. Und bevor wir zum nächsten Punkt kommen, der etwas mit Kosmetik zu tun hat, muss ich aber noch einmal über dieses 2D-Problem zu Ende reden. Wir sind nämlich noch... Jetzt frage ich mich, ne, so videotechnisch, ähm... Muss ich sie mal fragen, aber ich bin mir ziemlich sicher, weil sie ist ziemlich clever. Sie hat das bestimmt so gemacht. Sie hat den Take ungeschminkt als erstes aufgenommen, dann einmal geschminkt und den Rest aufgenommen, ne? Statt schminken, abschminken, wieder schminken. Das wäre voll doof. Noch ein paar andere Beispiele eingefallen. Also kennt ihr... Und ihr fragt euch jetzt, ist das nicht mega unwichtig für das Video jetzt? Ja, das stimmt. Zum Beispiel diese Videos, wo Leute auf Instagram ihre Lippen richtig, richtig stark übermalen. Das finde ich total Panne. Das habe ich letztens auch... Hab ich das denn gesehen? Ich habe mit einer Freundin irgendwas... Wir haben irgendwas geguckt. Ich glaube, ich glaube, beim Zappen irgendwie hier DSDS. Da waren Mädels und ich habe gesagt, was ist denn mit ihrem Mund passiert? Und eine Freundin von mir meinte dann so, die hat das so übermalt. Sie ist so, warum? Hä? Und am Ende sieht es so aus, als hätten sie wirklich sehr große Lippen. Das funktioniert natürlich auch nur, weil das 2D ist. In der Dreidimensionalität sieht man immer, dass die Lippe hier hervorsteht. Und man kann mit dem Auge die kleinsten Reflektionen und Lichtbrechungen wahrnehmen und erkennt, wo die echte Lippe unter dem Übermalten ist. Und eine weitere Sache, die dieser 2D-Effekt macht, ist, dadurch, dass ihr mich sehr, sehr platt seht, ist nicht unbedingt sichtbar, wie meine Schminke genau auf der Haut liegt. Auch da ist es so, in der Realität habt ihr bestimmt schon Leute gesehen, die sehr stark geschminkt sind. Und ihr habt auf den ersten Blick erkannt, wow, diese Person ist sehr stark geschminkt. Weil das menschliche Auge natürlich erkennt, hier liegt etwas auf der Haut, was nicht die Haut ist. In diesem 2D-Setting hier, wo ich aber perfekt ausgeleuchtet bin, kann das mal irgendwie unter den Tisch fallen. Sodass wir denken, wow, krass, die Person schminkt sich hier gerade mit Make-up. Und das ist ja wirklich, wie das mit der Haut verschmilzt. Das ist ja unglaublich. Nein, das liegt unter anderem daran, dass ihr das gerade in 2D seht und nicht in 3D. Einen Aspekt muss man auch nochmal bedenken, was wir gerade, also ich weiß nicht, ob ihr dazu noch was sagt, aber die Brennweite des Objektivs macht auch ganz viel aus. Also wenn du weitwinklig bist und dann sozusagen näher am Objektiv dran bist, dann, also weitwinkliger heißt ja sozusagen, du siehst mehr drumherum. Das heißt, du siehst auch mehr, dann wird die Nase größer. Also man kennt ja dieses Fisheye-Objektiv. Und wenn du mit viel Brennweite, also so einem Zoom, Tele-Zoom-Objektiv, muss kein Zoom sein, Tele-Objektiv, dann wird das Gesicht insgesamt, also die Nase wird kleiner und das Gesicht flacher. Also Brennweite macht auch nochmal einen ganz, ganz krassen Unterschied, wie wir ein Gesicht wahrnehmen. Es gibt dazu auch so Animationen, kann man sich raussuchen, habe ich gerade keine Lust. Es gibt aber einen weiteren Rund und jetzt kommen wir zu Punkt 3, kosmetische Behandlungen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal vom sogenannten Derma-Planning gehört habt. Das ist ein Prozess, den man beim Kosmetiker machen kann, bei dem die oberste Hautschicht, aber auch die ganzen ganz, ganz, ganz feinen, kleinen, durchsichtigen Härchen auf dem Gesicht abgetragen werden. Die Low-Budget-Version ist, sich solche Tools selber irgendwie im Drogeriemarkt der Wahl zu holen und das zu Hause zu machen, habe ich auch schon gemacht. Und was passiert, wenn man das macht? Und ich sage euch, A-List-Prominente können sich leisten, das jede Woche beim Kosmetiker zu machen. Das Make-Up sitzt viel, viel ebenmäßiger. Generell, alles, was man sich auf die Haut klatscht, sitzt ebenmäßiger, weil... Also, ich schraub mir das ganze Gesicht so mit einem Mini-Rasierer ab. Ich bin ja schon zu faul, mich richtig zu rasieren und gehe immer nur alle vier Tage mit so einem Wartschneider hier über diesen Acker. Weil eben keine Härchen mehr dazwischen sind. Und auch andere Prozeduren beim Kosmetiker, wie zum Beispiel Laser-Skin-Tightening, also mit dem Laser gewisse Areale an der Haut so ein bisschen zu straffen, das sind Sachen, die sich Menschen im Internet, die Geld verdienen damit, dass sie gut aussehen, regelmäßig leisten können und eigentlich auch schon müssen, die wir als Privatmenschen aber überhaupt nicht leisten können. Sagte sie gerade, wir als Privatmenschen, aber wo ist eigentlich die Grenze? Also, sie ist doch Influencerin. Inwieweit spricht sie auch über sich? Ja, ich finde, das ist zum Glück eine Welt, bei der ich nicht mitmischen muss. Ich rasier mir den Kopf, ich kürz mir den Bart. Das war's. Wenn wir schon über kosmetische Behandlungen reden, dann müssen wir natürlich auch über Unterspritzungen sprechen. Das ist eine völlige Katastrophe. Also, das habe ich in letzter Zeit, ich will hier keinen Namen nennen, aber ich habe eine Bubble, kenne ich, also ich habe eine Freundin, die Ärztin ist und irgendwie in ihrer Bubble ist das so, dass da immer mehr Menschen mittlerweile diese ganzen Filler mit Hyaluron und so alles so aufbauen. Alter Schwede, das sieht so fürchterlich aus. Und ich war dann irgendwann mal bei einer Party von der und ich sage, also ich muss jetzt wirklich vorsichtig sein, was ich sage, aber ich sage hier keine Namen, aber ich bin jetzt mal richtig hart. Ich habe dann ein Mädel gesehen und die war so, also die war nicht alt. Die war vielleicht, keine Ahnung, Ende 20 oder so, wobei mir das ja auch schwer sagen kann. Und das sah so verbastelt aus. Dann habe ich so jemand anders gefragt, so krass, was ist mit ihr passiert oder so? Hat sie sich einen Unfall oder so? Und sie, hä, wieso? Ja, die haben ja das Gesicht rekonstruiert anscheinend. Also, das ist echt gut gemacht, so. Und sie, was? Also, die hat doch irgendeinen Unfall gehabt, oder? Nö, die, ach so, ja, die hat so unterspritzt. Also, für mich sah das aus, wirklich, wie jemand, der einen ganz, ganz üblen Unfall hatte und da war dann eine 30-Stunden-OP und die haben das Gesicht neu aufgebaut. Irgendwie so. Und dann habe ich die danach, also ich habe sie nicht, ich habe sie nicht darauf angesprochen und so, ne, alles gut. Und danach habe ich echt gesagt, bei zwei, wo ich mir sicher bin, da konnten wir so drüber reden, habe ich gesagt, seht ihr das nicht? Ja, ich kenne die jetzt schon so lange und das ist ja so sukzessive passiert, immer ein bisschen mehr. Und das fand ich krass, dass das auch Leute in ihrem Umfeld gar nicht mehr sehen. Ja, also ich hätte die das erste Mal gesehen. Und ich dachte wirklich, also krass, was die plastische Chirurgie mit zerhackstückelten Gesichtern schon wieder machen kann. Aber das ist ja freiwillig gemacht worden. Wahnsinn. Ja, auch das ist ein offenes Geheimnis. Ganz viele Menschen in den Medien sind heutzutage unterspritzt. Ich glaube, das Beliebteste sind die Lippen, die voller gespritzt werden, aber auch hier zum Beispiel, ich kann es bei mir mal gerade zeigen, also ich bin nicht unterspritzt, aber ich habe hier so eine Rinne im Auge, unterm Auge, so eine Tränensackrinne oder sowas. Das wird auch zum Beispiel sehr gerne unterspritzt. Was ich euch eigentlich sagen will ist, wenn man die Haut unterspritzt, dann ist die Haut prall. Auch dafür ist ein beliebtes Beispiel die Beauty-YouTuberin Niki Tutorials. Also die hat auch zugegeben, ihr ganzes Gesicht im Prinzip unterspritzt zu haben. Und wenn die Haut prall ist, dann ist die Haut prall. Dann ist es natürlich nochmal deutlich leichter, Make-Up-Produkte ebenmäßig aufzutragen. Weil es eben keine kleinen Fällchen gibt, in die der Concealer reinläuft. Weil es keine kleinen Fällchen gibt, in die sich über den Tag hinweg Produkte absetzen. Gerade bei Lippen finde ich das super auffällig. Es gab ja mal diese Zeit, in der jeder die Kylie Jenner Lip Kits benutzen wollte und sich diesen sehr, sehr trockenen Liquid Lipstick auf die Lippen gepackt hat. Das sieht bei einer Person, die aufgespritzte Lippen hat, ganz, ganz anders aus, als bei einer Person mit natürlichen Lippen. Denn natürliche Lippen fangen ja meistens schon mit 15, 16 Jahren an, so ein wenig Falten zu werfen, weil man einfach über die Jahre Volumen verliert. Und das ist ganz natürlich. Ich weiß gar nicht, was sie meint. Immer noch voll Lippen. Bei mir läuft. Ich muss morgen wieder zum Aufspritzen. Ich aber durch einen sehr, sehr trockenen und austrocknen Lippenstift wird das nochmal betont. Fünftens Licht. Jetzt kommt gleich der Teil, wo wir hier ein bisschen mit meinen Lichtern rum experimentieren. Das wird sehr spannend. Bleibt dran. Wenn ihr nicht beim Fernsehen arbeitet oder zufällig Fotograf seid oder so, dann könnt ihr glaube ich nicht ahnen, was Licht ausmacht. Ich bin auch so ein kleiner Licht-Junkie. Ich habe hier so zwei Lampen, die einfach, also bei mir ist mehr so, dass es geht mir gar nicht darum, dass das so Beauty-mäßig ist, sondern mir geht es um die Lichtfarbe. Pass mal auf, ich mache die jetzt mal aus. Also erstmal die hier, dann ist das Orange weg und jetzt das Blau weg. Achso, ich habe noch ein Blau da. Das kann ich theoretisch auch noch ausmachen. Jetzt ist gar nichts mehr blau. Jetzt ist es so natürlich. Aber ich mag irgendwie diesen Look, dass das so von da so ein bisschen warm ist, von da so ein bisschen bläulich. Macht es ein bisschen interessanter. Also Licht auf jeden Fall ganz spannende Geschichte. Jetzt sind wir mal gespannt, was bei ihr da für Magic-Tricks sind. Und meistens ist es so, also wenn du in Richtung Beauty gehst, entweder wenn du relativ nah an der Kamera bist, dann Ring-Light, also ein Ring um die Linse herum. Dann haben die Leute auch in den Augen eine Ring-Reflektion. Oder du hast eine Softbox, also ein relativ weiches Licht. Woran erkennst du das? Dass Sachen kaum Schatten machen. Also wenn ich jetzt die Lampe hier, die ist hart. Das Licht, was von da kommt, da ist eine Softbox. Das Licht, was von da kommt, ist soft. Dieser Stift hier macht so gut, also gar keinen, ihr seht das, es wirft keinen Schatten. Also der Schatten ist super weich. Hingegen das Licht, hart, ja, wenn ich jetzt das mal ein bisschen drehe, so. Hier, ihr seht den Stift, ihr seht den Schatten. Hartes Licht, wir sehen auch Falten. Weiches Licht, Falten weg. Herzlich willkommen beim Licht-Tutorial bei Sinan. Jetzt gucken wir mal, was Alicia uns hier noch für Tricks verrät. Was ihr es nicht wisst, ich habe hier hinter mir ein Licht, was mich von hinten anstrahlt. Von hinten unten, damit meine Konturen scharfer sind. Ich habe hier zwei farbige Lichter, die das Bild so ein bisschen schöner machen. Ich habe vor mir zwei riesige Softboxen, die alles verschwinden lassen und schlucken, was Licht schlucken kann. Ja, Licht schluckt. Deswegen ist zum Beispiel Fernsehmake-up auch viel, viel krasser als privates Make-up, weil da schon mit einkalkuliert wird, dass die Lichter viel verschlucken. Okay, ich habe jetzt zweimal das Wort verschlucken gesagt, ich kann es nicht anders beschreiben. Was meine ich? Frontales Licht leuchtet jeden Hügel aus. Und mit Hügel meine ich sogar die ganz, ganz kleinen Hügel, die unsere Poren auf unserem Gesicht veranlassen, da zu sein. Wenn ich das Licht jetzt zur Seite packe, dann würde euch auffallen, dass mein Gesicht schon deutlich unrunder aussieht. Also ich mache mal dieses Licht hier so ein wenig weg. Und hier lasse ich mich jetzt mal so von der Seite beleuchten. Und ihr merkt sofort, auch wenn es natürlich noch nicht so extrem ist, weil es trotzdem noch ein gutes Licht von der Seite ist, dass viele Unebenheiten viel mehr da sind. Ja, wir sehen jetzt, das ist ganz interessant, wir sehen mehr Poren, wir sehen Unebenheiten. Und das ist aus der Beauty-Sicht würde man sagen, das ist jetzt für sie jetzt wahrscheinlich schlechter. Der Vorteil ist aber, das Gesicht bekommt mehr Charakter, mehr Kontur. Wir sehen es, wenn ich jetzt mal hin und her gehe. Hier, das ist, ja, all bright, alles hell, glatt. Und hier, das hier hat halt, also das ist, wenn du jetzt zum Beispiel auch dann bei Filmen oder so, du willst einen Charakterdarsteller, der vielleicht irgendwie, weiß nicht, gerade ein bisschen was durchgemacht hat. Oder vielleicht jemand, das ist bedrohlich, bedrohlich wäre meistens Licht von unten. So, ne, so mehr, aber das ist jetzt sehr hell. So, keine Ahnung, können wir hier mit dem Licht spielen. Hui. So, aber, ähm, deswegen bin ich da immer ein bisschen hin und her gerissen, wenn man, äh, zu krass dieses Beauty-Ding macht, weil das andere, äh, ich, ich meine, bei Frauen ist das nochmal ein bisschen anders, die sind da noch ein bisschen empfindlicher, was so, was halt halt so Hautporen und so anbelangt. Bei Männern ist das meistens dann eher, weiß nicht, da ist man, da verzeiht man das irgendwie mehr. Aber ihr Gesicht hat jetzt natürlich ein bisschen mehr, ja, äh, Charakter. Nicht so extrem ist, weil es trotzdem noch ein gutes Licht von der Seite ist, dass viele Unebenheiten viel mehr da sind, als sie wären, wenn ich frontal perfekt ausgeleuchtete. Im Chat gerade, ich renne ab sofort nur noch mit einer Softbox rum. Bewölkter Himmel, immer gut. Bewölkter Himmel, größte Softbox aller Zeiten. Man sieht Falten viel eher. Ja, hier zum Beispiel die Nasolabialfalte tritt ja auch viel stärker hervor. Diese Rinne. Dass man die Namen der Falten kennt, da weiß man schon, jemand hat sich damit beschäftigt. Wie heißt die Falte? Hier tritt viel stärker hervor. Und insgesamt, wenn ihr jetzt richtig nah rangehen würdet, würdet ihr auch sehen, dass meine Haut so ein bisschen unebener wirkt. An der Stirn sehe ich gerade, kann man das vielleicht auch sehen. Also ich habe natürlich nicht die perfekt runde Stirn, sondern hier sind natürlich auch irgendwie Knochen und so. Und hier gibt's. Die hat Knochen an der Stirn, das ist ja ekelhaft. Dann vereinzelt, dass man sieht, ah, das ist nicht so eben, wie wenn es frontal kommt. Ich mache jetzt nochmal die Licht... Aber ein bisschen mehr Kontur. Der Frontal an, zack, boom. Drei Jahre jünger, oder? Was Licht außerdem macht, ist Zähne aufhellen und Augenweiß aufhellen. Nein. Also ja, also ich habe natürlich sehr gute Zähne, würde ich behaupten, auch sehr helle Zähne. Aber weiß reflektiert Licht nochmal stärker als der Rest meines Gesichts. Während die Haut ja hier eher beige-braun ist, kann das Weiß richtig krass Licht zurückwerfen. Und dadurch wirken meine Zähne noch heller. Und das ist natürlich gerade im Fernsehen fatal. Also da sind sowieso sehr viele Menschen, die natürlich zum einen gebleechte Zähne haben, oder zum anderen einfach Veneers oder Kronen, die sowieso sehr hell sind. Und wenn die dann nochmal durch Lichter gebleicht werden, dann wirkt das halt immer so unnatürlich. Und da will ich den Leuten gar keinen Vorwurf machen, die ja im Fernsehen dann so wirken, wo man direkt denkt, wow, was hat denn... Sieht aber auch Panne aus. Ich glaube, wenn die in echt in den Spiegel gucken, wirkt das gar nicht so krass unnatürlich. Wie wenn sie in einem Fernsehstudio sind oder irgendwo sonst wo... Sagt sie, ich will denen gar keinen Vorwurf machen. Ja gut, also muss er keinen Vorwurf machen. Aber man könnte ja sagen, sich irgendwie die Zähne verschalen lassen ist halt auch irgendwie... Ich weiß nicht, also... Es gibt so seltene Fälle... Warte mal, Deadmau's Teeth, Before, After. Ich glaube, der hat eine starke Drogenkarriere oder so hinter sich. Keine Ahnung. Der hatte irgendwann mal ein Foto gepostet, wie er aussah. Moment, ich habe es gleich. Kann ich hier irgendwie einen Screenshot machen? Wieso kann ich das... Manchmal ist die Google Fotosuche auch irgendwie eine Vollkatastrophe. Dann klickst du das Bild an und dann ist das da gar nicht. So, Deadmau's, bevor er sich die Zähne hat machen lassen, sah tatsächlich so aus. Ja. Und da ist dann so der Fall, wo ich sage... Ich sage... Okay. Okay. Wie kann man vielleicht machen? Ja. Jetzt, ich weiß nicht, mittlerweile sieht er... Sieht man ja irgendwie mal bessere Bilder jetzt, wo das ist. Also jetzt hat er ein ganz normales Gebiss. Ich glaube, er hat es auch nicht komplett übertrieben mit dem Veneers. Aber da würde ich schon sagen, also das war vorher so demoliert. Da würde ich... Das ist schon eher wirklich wie nach einem Verkehrsunfallgesicht nochmal neu aufbauen. Kann man verstehen. Wo richtig krass Licht draufgegeben wird. Und das Letzte zum Thema Licht ist vielleicht etwas für die männlichen Zuschauer, wenn die bis hierhin überhaupt noch dran geblieben sind. Aber es soll ja auch Männer geben, die sich mit Ästhetik und Aussehen auseinandersetzen. Krass, meine Käppi ist so eng gewesen hier. Ich habe jetzt hier eine Kante in der Stirn. Alter. Ja, sonst natürlich... Ich muss aber auch sagen, also auch da, obwohl keine Haare mehr, relativ früh, zumindest Glück gehabt mit der Kopfform. Also Kopfform würde ich schon sagen, für Glatze optimal. Äh, so. Doch, das ist... Da habe ich... Da ist jetzt hier eine... Sieht ja aus. Schlimm. Machen wir so, dann kann sich das auch wieder beruhigen. So. Interessantes Video. Ich finde das spannend. Ihr habt das vielleicht schon mal bei Bodybuildern bemerkt oder auch nicht, dann erkläre ich es euch jetzt, dass Licht eine riesige Rolle spielt. Ach so, das anabole Licht, heißt das so, dass man die Muskeln halt mehr sieht, klar. Also ich kenne auch Leute im privaten Umfeld, die Fitness viel machen und wenn dann irgendwo ein krasses Licht ist, ist es immer so, oh Mann, hier ist krasses Licht für Muskeln und sowas. Was bedeutet krasses Licht für Muskeln? Krasses Licht für Muskeln bedeutet da eigentlich genau das Gegenteil, wie was es für mich bedeutet. Für mich ist ja am besten sozusagen perfekt ausgeleuchtet zu sein. Für Bodybuilder ist ganz wichtig, ein starkes Licht von einer Quelle zu haben, damit die Muskeln richtig gut Schatten werfen können und somit noch krasser hervorstehen. Und mit so einem Licht kann man wirklich von richtig stabilem Körper zu, wow, das ist ja fast ein Bodybuilder-Körper kommen. Licht macht richtig viel aus in dieser Situation. Zur Info, der Typ geht aber auch wirklich trainieren. Also eine Hoffnung muss ich euch nehmen, wenn ihr glaubt, ihr braucht nur das richtige Licht, um Muskelberge zu haben. Nein, nein, der Trick ist, du musst Muskeln aufbauen und dann hilft dir das richtige Licht, sie zu zeigen. Andersrum nicht. Obwohl wir sollten den Leuten Lichter verkaufen, die Muskeln aufbauen, die müssen halt nur dreieinhalb Tage davor und dreieinhalb Tage danach massives Krafttraining machen. Aber dann wirkt dieses Licht super krass. 5000 Euro, bist du dabei, komm in die Gruppe. Von 100 Bildern plus Photoshop plus KI. Ich weiß nicht, wie ich den Punkt besser beschreiben soll, aber ich glaube, das kennen auch viele Leute privat, dass man, wenn man zum Beispiel im Urlaub an einer tollen Location ist, dann lässt man sich ja vom Partner oder vom Mitreisenden mehrere Fotos machen. Also man sagt ja dann gerne mal so, ja, mach ganz viele Bilder, ich suche das Beste aus. Das müsst ihr euch bei Influencern vorstellen, nur nochmal auf Testo hoch 1000. Also es kann gut und gerne mal sein, dass ein Influencer wirklich seitenweise Camera Roll voll hat von einer gewissen Pose. Und das dann einfach wirklich, no joke, ich habe das schon gesehen über die Schulter, das Beste von 100, von 200 Bildern ausgesucht wird. Und wie will man da konkurrieren? Also offensichtlich, wenn das Beste von 200 Bildern ausgewählt wurde, dann stimmt da alles auf dem Bild. Und selbst wenn was nicht stimmt, wird mit Photoshop geregelt. Und ihr wisst nicht, wie sehr mit Photoshop und Facetune geregelt wird. Ich finde, ein sehr anschauliches Beispiel ist dieses Foto hier von Kim Kardashian. Da wird zum Beispiel vermutet, dass da sehr viel an ihrem Körper gephotoshoppt wurde. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, hä, wo soll man denn hier photoshoppen? Also da sieht man doch kaum Brüste oder Bauch oder Po. Nein, der Nacken ist der Knackpunkt. Die meisten von uns wissen, dass wenn man sich so auf einen Poolrand stützt, dass man dann so eine Art Stiernacken bekommt. Also natürlich gehen die Schultern hoch und die Muskulatur im Halsbereich geht auf. Wenn man den direkten Vergleich sieht, sieht es richtig spannend aus. So denkst du so, ja, ist so normal, wenn du dich so aufstürzt. Und dann, bumm. Auch hoch. Und dass Kim Kardashian hier so eine, ja, zarte, schwanenhalsähnliche Figur hat, das ist bei genauerer Betrachtung komplett unnatürlich und ziemlich, 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 ziemlich sicher extrem nachbearbeitet. Und mittlerweile gibt es halt dann auch da draußen Influencer, die komplett KI generiert sind und mehr als man denkt. Also ich habe hier zum Beispiel dieses Model gefunden, wo man denkt, wenn man die Bilder so in den Feed gespült bekommt, wow, das ist irgend so ein richtig hübsches, reiches Mädchen aus gutem Elternhaus. Die Bilder sind ja auch immer ähnlich. Also man denkt schon, ja, das ist die gleiche Person. Das ist hier eine echte Person, die in verschiedenen Locations, auf verschiedenen Events fotografiert wurde. Hahaha, Pustekuchen. Komplett mit KI erstellt. Was ich mich dabei immer frage, ich meine, es entstehen ja auch Sättigungseffekte. Also du guckst dir dann so jetzt was an und anfänglich dann, dann denkt man so, wow, aber irgendwie nach einer gewissen Zeit ist das doch einfach nur noch so, also dann hat man sich doch auch daran gewöhnt, oder? Auf der anderen Seite, jeden Tag werden Menschen geboren, werden wieder, kommen wieder ins paarungsfähige Alter und sind von den immer gleichen Sachen getriggert. Ob die, die müssten dann auch erstmal durch diese Gewöhnung und die Sättigung durch, weiß es nicht. Aber das sieht man nur, wenn man auch wirklich mal aufs Profil rauf geht und die Bio- oder Infobox liest. Und wer macht das schon, wenn man jetzt so einen kompletten Instagram-Feed vor Augen hat? Da sieht man ja ganz viele Bilder auch nur aus dem Augenwinkel und weiß vielleicht gar nicht, dass das eine KI ist. Alleine das, also wie viele Bilder wir vielleicht am Tag schon sehen von unrealistischen Körpern, nicht nur durch Photoshop, sondern auch durch KI, wo wir es aber gar nicht wissen und es trotzdem in unser Unterbewusstsein aufnehmen, ist verrückt. Siebten? Ja, ähm, das ist mir auch nochmal, also diese Überpräsenz von mega schönen Menschen, ähm, boah, das ist schon irgendwie, ja, also ich weiß gar nicht, was das genau macht, äh, ich glaube oder hoffe immer, dass das keinen so krassen, keinen so krasse Auswirkungen hat, aber, ähm, ja, irgendwie scheinen ja doch viele, es scheint ja viele zu beschäftigen, bodyfilter. Wir haben anfangs über Gesichtsfilter geredet, was jetzt kommt, ist krass. Ich habe schon vor vier Jahren ein Video dazu gemacht, hier auf diesem Kanal, da hatte der Kanal noch nicht die Form, wie er heute hat, aber da habe ich eine App entdeckt, die den Körper live und in Farbe verformen kann. Und zwar nicht nur auf Fotos, sondern auch Videos. Also da wird man eben einfach angegeben, mach meine Taille ein bisschen dünner und meine Beine ein bisschen länger und dann passiert das. Und ihr seht vielleicht, selbst wenn in dem Video andere Sachen zu sehen sind, wie zum Beispiel ein Bilderrahmen oder eine Steckdose an der Seite, die sind nicht verzerrt. Das ist schon echt, boah, wir verarschen uns halt ganze Zeit, also, ich kann euch eins sagen, ich als erfolgloser Influencer mache sowas nicht. Das Einzige, was ich mache, ist Lichtfarben, also, wenn ich Fotos mit so richtig Raw-Fotografie mache, dann halt natürlich. Oder was ich schon mal mache, ist so ein Geländer weg oder so. Also, wenn das Bild einfach gestört wird von irgendeinem, ich weiß nicht, ich hatte mal irgendwie was, da war ich im Meer und hinten schwamm noch so eine Boje rum. Ja, dann macht man die Boje halt weg. Aber sowas hier, so Körperverformen, boah, schon. Das Problem ist halt wirklich, dass du dann irgendwann anfängst, so, dann ist das halt das Normal und dann irgendwann, ja, schwierig. Nein, nein, es wird nur der Bereich der Taille verzerrt. Und das ist perfil. Vor allem auch krass, also, sie geht ja auch mit den Händen da lang und das morft gar nicht rum. Uiuiui, das ist schon echt gut. Also, ihr habt vielleicht schon mal irgendein Video von jemandem gesehen und habt euch gedacht, wow, oh mein Gott, die Person ist so sportlich, das sieht so gut aus. Und das kann ja nicht Fake sein, das kann ja nicht Photoshop sein, weil das ist ja ein Video und das ist ja auch jetzt nicht irgendwie ein Video im Studio. Nee, das ist ja ein Video von der Person, wie sie über die Straße läuft. Hm, auch das kann heutzutage Fake sein, live und in Farbe. Das ist kein Problem für viele Programme, da die menschliche Taille zu erkennen, diese schmaler zu machen und den Hintergrund gegebenenfalls anzupassen. In dieser App, in der ich das damals getestet habe, ging das sogar für das Gesicht. Also, das war dann kein Gesichtsfilter, der irgendwie die Haut glatter gemacht hat, sondern eine ganz andere Art von Filter, die einfach die Körperteile verändert hat, die ich verändern wollte. Also, ihr seht das hier, ich habe in dem einen Bild, auch wenn man es kaum sieht, aber wenn man es weiß, ist es erschreckend. Ich habe meine Augen größer gemacht, meine Nase kleiner gemacht, meine Lippen größer gemacht. Ja, genau, das kann man es ja auch, mein Handy jetzt, Scheiß-China-Zeug hier. Ich glaube, das kann das auch in Video-Form, ja, Video auch, kannst du genau dieselbe Scheiße machen. Ich kann meine Kopfform verändern, meine Augen größer machen, in Video. Hallo! Sieht total Panne aus, ey. Ich mache meine Stirn kleiner gemacht. Und das Video sieht komplett real und echt aus. Ich glaube, wenn man das einzeln sehen würde, würde niemand erkennen, dass hier was verändert wurde. Achtens, Klamotten klammern. So nenne ich die jetzt einfach mal. Ich muss das der Vollständigkeit halber beim Thema Bodyfilter vielleicht auch noch erwähnen. Also, es muss nicht mal sein, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Fashion-Influencer seht, darauf ist das eher bezogen, dass die Person... Das ist interessant, ich folge gar nicht so viel Fashion-Influencern. Warte mal, ich überlege kurz. Nee, keinem. Merkt man gar nicht, ne? So fäschig-mäßig, wie ich hier so... ...schummelt, dass die ihre Talie schmaler macht, als sie ist. Es ist ein ganz, ganz gängiges Mittel. Und da sprechen wir jetzt nicht nur von Influencern, überhaupt nicht, sondern wir sprechen von der Klamottenindustrie. Wirklich große, große Online-Shops, die auf ihren Websites Fotos veröffentlichen, wie der Pullover denn aussieht an einem Model. Die nutzen ganz, ganz oft für Fotoshootings so Klammern. Ich weiß leider gerade nicht den Fachbegriff, um die Kleidung zu tacken. Also, ich habe selbst schon in Firmen gearbeitet, in der Beauty- und Fashion-Branche und ich habe sowas auf Shootings erlebt. Das war ganz normal. Das Model ist angekommen, das Model hatte vielleicht nicht die perfekte Größe für das jeweilige Kleidungsstück und dann wurde die Hose so getackt, dass sie dem Model passt. Aber das hat ja niemand im echten Leben. Also, selbst wenn du die Größe kaufst, die du hast... Ja, man läuft auch ein bisschen blöd damit rum, würde ich sagen. Also, mit diesen Klammern. Ich finde das so geil, was die Leute sich für einen Aufwand betreiben für all die Mühe. Ich ziehe morgens eine Jogginghose an. Ein kleiner Beweis. Guck mal, wie schön die sitzt. T-Shirt an. Keine Klammern. Läuft. Passt. Dann hast du ja... Ja, passt. Das ist nämlich meine Definition von Freiheit. Einfach auf... So viel es irgendwie nur geht zu scheißen. Das ist... Das ist wirklich... Deswegen ist, glaube ich, auch so dieses Thema Freiheit. Ich hatte es ja auch in der letzten Finanzwoche und so. Ich wünsche mir das für so viele Leute, weil ich immer merke, wie sie in ihren Zwängen, in ihren gesellschaftlichen Zwängen irgendwie leben. Wie sie ständig das Gefühl haben, sie müssen gefallen halten. Oder dieser Wunsch, auch gemocht zu werden. ein Stück weit nachvollziehbar. Alles okay. Aber wenn das dann so weit geht, dass man, keine Ahnung, schon sich mitbestimmt... Also, dass man, weiß ich nicht, sich verrückt macht, weil man irgendwie nicht eine coole Hose anhat oder so, dann wird es ja traurig. Also... Oder was heißt traurig? Das ist das falsche Wort. Ich glaube, so Leute sind dann immer irgendwie ständig gestresst und so dieses Unterdruck gesetzt. Und das kann man abbauen. Das ist ein schrittweiser Prozess. Du musst dann immer weiter dir auch sagen, nee, ist egal. Ich muss keinem gefallen. Ich muss keinem entsprechen und so. Das ist im Übrigen ja auch so der Bereich, wo ich... Was vielleicht ja manche schon gar nicht glauben können. Ähm, der, der queeren Szene, sag ich mal, also den ganzen, den Queers, dem Q bei LGBTQ, also Queer ist ja nicht nur, dass es jetzt heißt, ähm, lesbisch, schwul oder bi oder irgendwas zu sein, sondern Queer im Sinne von unangepasst, äh, verrückt. Äh, und, und das ist so dieser Bereich, wo ich sage, das finde ich eigentlich total cool. Und das finde ich auch, sollte man weiter pushen, dass man, also außer, also die, die Norm von Sachen, die, ähm, die wir irgendwie als in Ordnung empfinden, dass wir die einfach ausweiten. Ja, nicht ausweiten, ausweiten. Das ist der Bereich, äh, wo ich sage, absolut, go for it. Ja, nicht den Effekt, dass an der Hüfte, am Po, an den Beinen unten, nochmal so zwei Klammern sind, die dir das perfekt machen. Nee, du musst dann, wenn du es so haben willst, in den allermeisten Fällen zum Schneider gehen und dir das nochmal so schneidern lassen. Und jetzt würde mich an der Stelle interessieren, ob euch da draußen noch irgendwas einfällt, wo geschummelt wird. Vielleicht kommt ihr ja auch aus einer gewissen Industry und könnt irgendwelche Geheimnisse preisgeben, die ich jetzt vergessen habe oder die ich vielleicht noch nicht kenne. Schreibt das gerne in die Kommentare. Bleibt rational. Denkt auch dran, bei Formalskin vorbeizuschauen und euch mal durch die Hautanalyse zu klicken. Abonniert. Sollen wir das mal machen, ne, durch die Hautanalyse? Ha, du bist perfekt. Du brauchst kein Produkt von uns, aber du kannst unser Markenbotschafter werden. Ähm, was gibt es ja noch bei Männern? Also bei Männern weiß ich nur, dass da ja ganz stark im Trend ist, wie gesagt, halt, Haarline, ne, also Haartransplantation. Ähm, gut, beim ganzen Bodybuilding-Zeug ist natürlich, ähm, alles, was mit, mit Stoffen zu tun hat. Also, äh, nicht, nicht solchen Stoffen, sondern irgendwelche, äh, Steroide ballern oder so, ne, irgendwelche Substanzen zu sich nehmen. so alles, das würde ich mal sagen, ist eher gefährlich auch bei, bei der Männerfraktion. Ähm, ja, nicht machen, habe ich auch noch nie gemacht. Es geht auch ohne. So, äh, ja, vielen, vielen Dank, ähm, Adicia. Ja, und, äh, zum Abschluss will ich noch eine Sache sagen, ist mir wichtig, mach deine Videos ruhig so. Finde ich top. Finde ich super. Finde ich, äh, also, von meiner Seite aus, go, wird dir scheißegal sein, aber von meiner Seite aus, go, du kannst es dir leisten. Also, macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.